wie geht's weiter geht's mit south park ja wir sind hier im waffenladen genau wir suchen da wir suchen da nach den zwei anderen helden was ist denn hier schnell schauen die steuerung option video gameplay okay nicht das wahre was ich suche okay jemand hat mich darum hingewiesen dass ich hier mit dem bogen auch schießen können genau gehen jedoch weiß ich leider nicht wie das gehen soll vielleicht wenn ich den bogen anlege weiss ich gar nicht luschenbogen anlegen kann ich den gar nicht anden ok anlegen so ja schöner sound so aber fragt mich nicht fragt mich nicht wie ich das machen kann mit dem schießen keine ahnung ob es stimmt wenn ihr einen tipp habt wieso sagt ihr müsst nicht schreibt mir unten in die kommentare wäre nett weil so hätte ich dann schon sehr viele sachen runter geholt okay da braucht man einen schlüssel dazu oh schön kaputter schwertgriff oh wieso nein warum habe ich jetzt zu viel geschlagen mist wie alt alles klar ratten im keller alles klar wir gehen jetzt die ratten bisschen schlagen alles klar alles klar machen wir jetzt zu essen da was ok nummer eins ist weg dann die fähigkeit hier den sturm fähigkeit kann ich nicht mehr brauchen ok schade dann dann nee oh krass ok nummer eins ist erledigt wo nehmen wir alles heiltränke sind voll mist wir kommen wieder gar nicht gewusst dass man alles zerstören kann also alles ist übertrieben aber man kann viel zerstören jetzt bin ich angewidert Mist ok ich schnapp mir zuerst mal den gesundheitstrank für mich ne ne für ihn ok gesundheitsstrank äh trank so kann nichts essen ja schweine heiltrank ok das geht heiltrank für ihn dann müssen wir feichkeiten so 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 gegenstände dann den gesundheitstrank heiltrank so ihm geben trink kleiner trink so fähigkeiten ja da so ok wir geben wieder Bottas einen Heiltrank wir haben ja genug von den Dingen trink Bottas so dann was können wir hier so Nummer zwei weg und dann Heiltrank wir haben beide nur noch 28 das muss das muss gehen Feichkeiten haben wir keine mehr für Bottas aber das klappt schon sehr schön sehr schon gemacht alles nehmen so haben wir wieder ein paar Heiltränke noch zwei Ratten müssen wir so Heiltrank nehmen wir noch hier gibt es nicht mehr schade so der Ratte 1 übergebraten nur keine Angst Badass wir nehmen den Knochenbrecher natürlich für die grosse mutierte Ratte so jetzt schau auf den Ball mutierte Ratte sehr schön so dann Fähigkeiten von Bottas Schockschaden hier so so ah nee ok machen wir gleich Gegenstände Heiltrank für Bottas hier trink so und dann auf zum grossen Kampf hier so so sehr schön und jetzt kann noch Bottas kommen hier mit dem Hammer Matschbierne schön sind zwar nicht so brutale Kämpfe ich dachte es auch oh da vorne ist eine Schatzkiste komm lass mich durch Schatzkiste sehr schön oh nehmen wir alles natürlich zerfetztes Plastik was hat es sonst noch ich sehe sonst nichts hat es noch eine Kiste die können wir nicht öffnen so die letzte der vier so ich glaube so wie wir bisher dran waren sind wir nicht schlecht dran mache ich wieder die Knochenbrecherattacke auf die schwarze Rote schau auf den Ball ja sehr schön noch drei Tipe so Fähigkeit Hammer der Gerechtigkeit so oh zweimal schön geil ok Bottas braucht dringend einen Heiltrank der besteht die nächste Runde sonst nicht hier trink kleiner sehr schön dann 16 oder 3 schön wow 75 alter Schwede vollgas voraus nein 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 so Luschenbogen noch einsetzen hier explodiert die Ratte ist explodiert und wie ich glaube den Dungeon haben wir besiegt viel zu holen gibt es hier nicht mehr auch nicht da gibt es noch was aber fehlen nicht wie kann ich wohl schießen keine Ahnung helft mir bitte wenn ihr wisst wie es geht schreibt mir in die Kommentare würde mich interessieren so Dankeschön schön sehr schön Dartpfeile ja als Waffe noch cool hinter der Theke gibt es da noch was können da gar nicht rein da ist so viel wo für mich unerreichbar ist nur weil ich nicht schießen kann nein dann halt eben ich bin im Gesichtsbuch ja genau so super die Ecke von der Stadt haben wir gesehen nicht schon wieder schnell rüber nein schade oh Angriff erhöht oh nein ok content ok Mist ihr wollt mir Bottas nehmen ihr könnt mich mal Gegenstand hier trink oder is besser gesagt genau von dem habe ich noch genug so und dann gibt es dann gibt es was hier da schau auf den Ball du Vollstrecker schau auf den Ball schau dann genau dann hier auch gleich haben wir der Stürme so so schön Angriff erhöht schau weiter 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 geht's Fähigkeiten Knochenbrecher Bogenschützer schau auf den Ball oh das war ja gar nichts was war denn das alter das war gar nichts ich komme schon so wir brauchen wieder Gegenstände Gesundheitsdrang für Bottas hier is kleiner Freund is so dann Luschenbogen hier so dann Bottas Hammer den Bogenschützen müssen wir uns jetzt erledigen schön der ist weg ah nicht nochmal ja genau so sieht's aus so Krummsäbel so so jetzt flieh kleiner Mann flieh genau so schön plündern hier können wir alles nehmen natürlich so weiter geht's kommen wir nicht drauf okay mal schauen hier Timmy Express okay da waren wir doch schon ich komme gleich Timmy ich komme gleich wir müssen schließlich noch die zwei anderen finden da müsste man eben jetzt schießen können die Nachricht von Skitas okay Nachricht wo soll ich denn da die Nachrichten da Skita okay okay Oh, kacken Lagen. Okay. Ja, ja, okay. Das bin ich, in dem grossen Profilbild. Ich rede gerade mit dir. Hallo, Elgoa. Liebes Tagebuch, heute habe ich einen neuen Freund gefunden. Er war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Sehr, sehr Schweizerdeutsch hier. Ich muss es ja wissen. Sehr, sehr Schweizerdeutsch. Aber auch lustig zu lesen. Lustig zu lesen, wirklich. So. Schade, schade kommen wir nicht hoch. Eben. Ich kann gar nicht, weil ich nicht schießen kann. Ah, das ist schade. Sehr schade. Okay, Moment. Wir müssen schauen. Torzerstör. Trage etwas, um dich vor dem Pfeffspray des Wachmanns zu schützen. Ja. Finde Jesus für Priester Max. Okay. Dann finden wir jetzt Jesus. Warum auch immer. Ja. Dankeschön. Du auch. Genau. Dann suchen wir Jesus. Wo ist er denn? Oh, ein Geschenk. Schön. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Kaputt. Was? Brandgefahrmesser. Okay. Cool. Wenn ich jetzt schießen könnte, würde das Schiene... Näh. Würde dieses Pokémon mir gehören. Aber nein, ich kann es hier nicht. Okay. Ah. Blödsinn. So. Map. Jetzt sind wir schon hier. Okay. Wir gehen mal zu dem hier. Alles klar. Müssen wir alles geradeaus. Ah. Wir können auch gleich... Können wir mit dem... Nein. Muss ich nicht. Da. Gleich dorthin rasen. Mit dem Timme-Waggon. Schön. War das jetzt hier? Schnell schauen. Fast. Ja, es könnte aber das sein. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt reinkommen. Nee. Das ist das. Der Vulkanier. Gehen wir zum Vulkanier. Spock. Wir laufen die Treppe hoch. Dort war er nämlich... In der ersten Tür. Oh, cool. So. Alles klar. Alles klar. Cool. Eine Rakete, der verlangsamen. Hotstick-Atmosphäre detectiert. Haha. Ja. So sieht's aus. Seine iPad. Er hat es wieder. Apple sei Dank. Na gut. Erste Quiz. Oder mittlerweile wohl schon mehrere Quiz. Abgeschlossen. Sehr schön. Okay. Map. Suchen wir wieder. Ist auf der Straße hier noch was? Ist auf der Straße hier noch was? Hier ist noch was. Zu den Waffen. Okay. Hier hin müssen wir. Ja, müssen wir schauen, ob wir mit dem Timmy-Waggon dort irgendwie hinkommen. Sind ein paar in der Nähe. Aber er fährt nicht direkt, sondern wir können ein bisschen Abkürzung nehmen. Was wir natürlich auch machen. So. Wieder raus. Komm. Raus. Terrence und Phillip. Schön. Die zwei Kanadier. Oh. Ah. Chain of Pokemon. Oh. Ich kann dich aber schlagen. Komm. Ach. Dann eben nicht. Wenn er sich tarnt, ist er unanschlagbar. Was haben wir denn da? Wenn wir doch bloß schießen könnten. Guitar Hero. Nice. Welcome to the neighborhood. Browlofsky. Sehr schön. Mal wieder Türchen anschauen. Keine Weihnachten. Kein Advent. Können wir auch nicht hintendurch. 18 Freunde. Juhu. Können wir mit dem interagieren? Schön. Danke dir. Die Feldkatze haben wir auch. Da unten ist ein Spielplatz. Jetzt hätte ich fast gesagt, der Gefrierschrank. Laufen wir. Wir kämpfen nachher. Sehr schön. Kenny's House. Oh, das ist klar. Oh, nee. Und wir sind drin. Wahrscheinlich, ja. Nein, ich bin doch kein Kip. Okay. Fähigkeiten, Knochenbrecher und dann Junkie, Junkie, Junkie. So. Ach, nee. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Oh, ja. Ich bin ever, you glib. Jawohl. Oh. Ach, schön. Luschenbogen. Noch schön mit angewidert. Ach, genau. Fähigkeiten können wir nicht mehr einsetzen. Schade. So. Jetzt. Heiliger Bonus schon. Genau. Oh. Übel. So. So. Dann, Gegenstände, müssen wir uns, ne, nicht, Teiltrank, Moment. Für Bottas müssen wir den Großen nehmen, leider. So, los, Bottas! So, schön. So, jetzt aber, ja, was können wir noch, Fähigkeiten, Knochenbrecher, hier, ach nee, so, jetzt aber Bottas Hammer, der macht dann den Rest, los Bottas, du geile Paladin, ja, und der ist weg, schön, schön, macht Spass, diese Wissenschaftler, ja, definitiv, nehmen wir alles, das ist natürlich zu uns, wird alles, boah, alles beschlagnahmt hier. Oh, da, 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 ist ja noch was, schön. Schön. Da ist noch was? Ich kann nichts machen hier, nein, komm, jetzt drücken wir mal, nee, falsch. Ja, alles klar, Moment. Mal die Knöpfchen drücken, mal schauen, schießen. Wo habe ich jetzt das gedrückt? Schießen. Hallo? Hier. Ich würde ja gerne schießen. Hallo? Tatsächlich, es geht irgendwie. Nur habe ich einfach, oh, ich habe rausgefunden, wie, auf F kann man schießen. Bottas, geh mal weg da. Wir gehen jetzt da hoch. Auf F, und das geht, oh, nice. Kennis, blutige Keule, nehmen wir. Ja. Jetzt wieder runter, und jetzt, da wir schießen können. Okay, cool. So, jetzt müssen wir runter. Da. Da geht's runter. Okay. Nee. Auf F. Geht nicht. Okay. Hey. Hallo. Hallo. So, jetzt ist es gegangen. Nehmen wir alles. Was können wir sonst noch tun hier? Oh, Aua. Moment. Da. Jetzt habe ich gesehen, wo das Gas austritt. Hier unten. Und ich weiß, dass hier ein Weg durchgeht. So. So macht man das. Hallo? Tragerhemd nehmen wir. So. Weiteres ist nicht zu beachten hier. Dann können wir wieder raus. Holy Crap. Hey, ich habe dich. Obwohl, das würde wahrscheinlich nicht bringen. Angewidert bringt ihm nur einen Schaden. Okay, Fähigkeiten. Dann müssen wir. Ja. Ha. Naja, siehst du? Schlecht, ne? Fähigkeiten. Knochenbrecher. Wo muss man die Erwachsenen denn treffen? Ah, okay. Na, come on. Batas sollte sich wahrscheinlich wieder mal heilen. So. Sehr schön. Und dann, Fähigkeiten können wir keine machen. Okay. Batas. Batas. Los. Schlag ihn zu Brei. So. Abwehren. Schön, ne? So. Chromsäbel. Na, was hast du getan? Frag nicht blöd. So. So. Los. Jetzt hat er noch 70. 70. Mach sich... Einer auf Besoffen hier. So. Knochenbrecher. Nochmal. Ja, schon klar. Ja. Ne. Das ist schon gut. Hammer. Und dann. Los. So. Luschenbogen müssen wir wieder mal machen hier. Schön. Hammer. Oh, komm schon. Ja, komm schon. Jetzt müssen wir wieder abwehren. Schön. Hier, friss das. Ja. Ja. Kurz schön. Fähigkeiten keine. Oh, Mist. Falsch. So. Gegenstände. Na ja. Machtdrank. Manadrank. Gross. Ops. Hier. Gegenstand. Dann sollte sich der blaue Borgen... Ups. Was hat jetzt das gebracht? Was hat jetzt... Ach nee. Na dann eben halt nicht. So. Jetzt noch Batas. Komm. Schlag ihm zu Brei. Fast. Fast zu Brei geschlagen. Hau ab. Hau ab. So. Schön. Ich muss hier mal wieder etwas nehmen hier. Sehr schön. So geht's mir schon besser. Dann... der verrückte Penner hier. So. Mit dem Hammer noch den Rest. Genau. Und tot. Also... fliehend. Ne, doch... Ja, hat sich ausgekotzt. Ehrenhafter Sieg. Puh. Glück gehabt. Beschissenes Abzeichen. Auch das ist ein Abzeichen. Bitte schön. So. Und ich würde sagen... Den plündern wir noch. Schauen noch schnell. Und dann würde ich sagen... Was ist denn hier noch? Nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen... Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Haut drauf. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.